So, ja, Freitag, früher Vormittag und wir dachten, wir nehmen die Zeit mal zum Anlass, ein kleines Video zu machen von der aktuellen Version der iPhone-Applikation. Wir haben hier Version Beta 12, glaube ich, ist es auf dem iPhone drauf. Und irgendwie haben wir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, mal einfach die Sache in die Kamera zu halten und da kurz drauf zu schauen, weil wir haben ja bislang immer versucht, so ein bisschen zu überraschen. Und dann, guck mal hier, wir haben eine neue App und die kann was ganz Tolles. Und so mit Blick auf die letzten Wochen sind die Überraschungen so ein bisschen in die Hose gegangen oder mit Blick auf die App-Store-Kommentare. Weiß ich nicht, wir sind von fünf auf zwei Sterne runtergefallen und raufen uns hier die ganze Zeit die Haare und wissen nicht so richtig, warum. Und ich dachte, ich zeige einfach mal, was wir hier gerade machen, verliere mal ein, zwei Sätze dazu, versuche so ein bisschen durch die Punkte durchzuspringen, dass wir uns die ganze Sache mal angucken können. Vielleicht fangen wir beim wichtigsten Punkt an, dem Banner in der App. Das ist eine Sache, die die Diskussion irgendwie bestimmt hat, seitdem die neue iPhone-Applikation draußen ist. Ich kann mal in so einen Artikel hier reingehen. Wir warten kurz, da müsste ein Banner angeblendet werden. Da ist es über der Kommentarzeile, also über der untersten Zeile von Apex ist es jetzt in den USA arbeiten. Banner werden von Google ausgeliefert, die sind da drinnen. Und da haben wir, nachdem wir relativ viel Kritik von euch bekommen haben, gesagt, alles klar, wir bauen da irgendwie was ein, so einen In-App-Kauf und dann kann man das Banner wegmachen. Warum ist ja noch nicht da? Das ist relativ einfach zu beantworten, die Frage. Wir haben in den letzten Wochen uns irgendwie versucht, erstmal durch das Gros der ganzen Bugs durchzuarbeiten, weil da sind immer noch Fehlerbeschreibungen und Probleme gekommen von Sachen, die wir einfach nicht auf dem Radar hatten oder die wir übersehen haben, nicht getestet haben. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern, die wir jetzt rausgenommen haben, zum Beispiel, wenn man den persönlichen Hotspot aktiviert hat. Dann geht ja oben in der Statusleiste, da wo die Uhrzeit eingeblendet wird, noch so ein kleiner Balken auf, da steht drin ein persönlicher Hotspot. Der hat uns die Anzeige hier irgendwie durcheinander gebracht. Auf dem iPad ist auch die erste Zeile ein bisschen abgeschnitten vom ersten Artikel. Wir hatten das Problem, dass wir der Nachtmodus, den kann man sich ja anmachen, den kann man sich auch automatisiert an- und ausstellen lassen. Der war nicht so zuverlässig, wie wir das gerne gehabt hätten. Das musste erstmal aus der Welt geschafft werden. Datenverbrauch haben wir deutlich reduziert, damit wir bei schlechten Mobilfunkanbindungen, gerade bei Nutzern, die im Edge-Netz unterwegs waren, trotzdem irgendwie einen relativ geschmeidigen und schnellen Seitenaufbau hinkriegen konnten. Es gab ein paar Abstürze in der Suche. Man hat was gesucht. Ich suche mal nach Entertain zum Beispiel. Zack. Und wenn man sich dann eins von den eingeblendeten Suchergebnissen angeklickt hat, je nachdem, nach was man gesucht hat, das waren aber echt merkwürdige Bugs, ist manchmal die App abgestürzt. Und das waren alles so Sachen, wo wir gedacht haben, um Gottes willen, egal was wir machen, in der nächsten Version, wenn wir wieder ein Update in den App-Store schieben, dann müssen ja erstmal die Fehler aus der Welt kommen. Weil es bringt nichts, wenn wir dann sagen, oh ja, guck mal hier, ihr könnt uns jetzt das Banner wegkaufen, aber dann stürzt die App ab, wenn man nach einem Wort sucht. Ja, das waren erstmal so die Punkte, an denen wir gerade arbeiten, die wir erstmal, wie soll ich das beschreiben, das musste erstmal weg, damit wir uns über irgendwas anderes im Kopf machen können. Und wir machen uns ganz schön viel in den Kopf. Es gibt so ein paar Sachen, wo wir bislang immer noch nicht so richtig sicher sind, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Eine Sache, wo wir relativ viel Feedback bekommen haben, in beide Richtungen, in eine positive und in eine negative, ist zum Beispiel die Wischgesten. Ich kann es mal kurz zeigen, gedacht hatten wir uns das so. Man hat die App, da kommen den Tag über ein paar Nachrichten rein und dann liest man die und liest sie nicht. Wenn man die gelesen hat, dann werden die so grau dargestellt und man weiß, ah, die sind schon gelesen. Und dann haben wir uns gedacht, okay. Und vielleicht ist es ja manchmal so, dass man geht so durch den Tag und denkt sich dann, oh Mann, das hier ist interessant, das will ich nachher noch, ich weiß nicht, meinem Bruder zeigen, wenn ich nach Hause komme. Ich markiere die nochmal als ungelesen und dann weiß ich gleich, da ist noch eine, die mir wichtig war oder so, die ich jetzt nicht unbedingt favoritisieren will, aber wir dachten, das ist halt so eine schnelle Möglichkeit, hin und her zu schalten und haben relativ viel Feedback in die Richtung bekommen, dass die Leute gerne den Löschknopf hätten oder ihr, unsere Leser. Und der Löschknopf ist hier, den haben wir hier quasi auf die zweite Ebene gelegt. Man kann das so ein bisschen zur Seite ziehen und dann hier sagen, okay, den Artikel lösche ich jetzt. Weil wir gedacht haben, eigentlich gibt es keinen Grund. Also die App wird jetzt nicht voll oder hört auf zu arbeiten oder so, sondern das ist ja viel zu viel Verwalteraufwand, wenn man da die ganzen Artikel rauslöschen muss. Aber es gibt relativ viele, die hätten das gerne. Und wir sind gerade noch am Überlegen, wie bauen wir das jetzt ein, weil die Wischgesten, die anderen, zum Beispiel, wenn ich in die Richtung wische, kann ich mir mal eben schnell den Link kopieren, um den meinetwegen per SMS zu versenden. Oder da haben wir gedacht, das ist vielleicht auch eine ganz schön wichtige Sache und kriegen auch positives Feedback. Und ja, wir sind dann immer ganz hin und her gerissen. Dann haben wir irgendwie 40 Mails und 20 sagen, ja, finde ich gut, dass man den Link kopieren kann, aber schaut euch doch bitte noch das Bildschirmvorlesen an oder so. Und dann machen wir uns ein kleines Plus. Bei Link kopieren war eine gute Idee. Und der Nächste schreibt uns dann, oh Mann, Bildschirmvorlesen hat immer noch Aussetzer, aber bitte macht die Wischgeste zum Link kopieren raus. Und es ist halt, ja, man sitzt da zwischen, wie sagt man, a rock and a hard place. Ja, aber genug davon. Wenn wir hier gerade schon mal vor der Kamera sitzen, ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen, von denen ich denke, dass die vielleicht angesprochen werden sollten oder dass wir die auch zu wenig kommuniziert haben, Fragen, die wir ab und zu per E-Mail auch beantworten, wo wir dann denken, hey, aber das ist doch schon Teil der Applikation, du kannst es jetzt schon benutzen. Zum Beispiel die Kommentare, wenn man zu den Kommentaren springen will, unten im Bild steht jetzt 29 Kommentare, da kann ich einfach draufklicken, zack, und dann scrollt die App sich automatisch nach unten. Oh, jetzt habe ich die andere Sache schon vorweggenommen. Eigentlich wollte ich mich hier auf die Kommentare klicken. Genau. Eine andere Sache, wo wir relativ viel Feedback bekommen haben, ist Bild, die Bildanzeige. Ich habe es gerade schon gezeigt, wenn man hier auf ein Bild draufklickt, das ist jetzt in der aktuellen Beta so, und wir werden versuchen, das dann in der nächsten Version mit drin zu haben, dann kann man die Bilder auch vergrößern, sich hin und her schieben, und das macht Sinn, wenn wir mal irgendwie ein Bild drin haben, wo kleiner Text draufsteht, oder eine Sache, die man sich irgendwie größer anschauen sollte, kam relativ viel Kritik, und dann haben wir versucht, das einzubauen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Zu den Kommentaren nochmal, das sind zwei Sachen, die ich zeigen will, die auch in der aktuellen Version schon funktionieren. Wir können einfach doppelt auf den Kommentar draufdrücken, wenn wir den beantworten wollen. Also hier ist einer von Lorenzo, und wenn ich jetzt denke, oh Mann, ja genau, das denke ich auch, oder das denke ich nicht, ich will dazu was schreiben, dann kann ich einfach doppelt hier drauf tippen, und habe die Möglichkeit, direkt auf den Kommentar zu antworten. Links, die in den Kommentaren drin sind, ich suche hier mal einen, hier zum Beispiel, wenn ich hier ein bisschen länger draufdrücke, auf den Link, dann geht quasi in den Kommentaren so ein Webfenster auf, wo mir dann der Linkinhalt angezeigt wird. Ich mache es mal hier nochmal, bei dem Digitalfernsehen Link, und das ist eine Möglichkeit, irgendwie die Links, die in den Kommentaren gepostet werden, sich durchzulesen, einfach da den Finger ein bisschen länger draufhalten. Achso, nochmal Kommentare, wir haben ja versucht, so drei, vier Stichpunkte zu machen, eine Sache, die auch nachgefragt wurde, ist, wie lassen sich die schnell aktualisieren, manchmal gibt es zum Beispiel einen Artikel, wo es relativ, in relativ kurzer Zeit viel Feedback drauf gibt, jetzt ist man in dem Artikel drin, liest sich gerade die Kommentare durch, und denkt so, ach Mann, vielleicht sind ja inzwischen schon wieder ein paar mehr mit dazu gekommen, ups, wo bin ich hier, nicht vergessen ist die Beta-Version, sind ein paar mehr mit dazu gekommen, und wir haben das jetzt so gemacht, dass ich die Anwendung einfach nicht bis nach unten scrollen kann, hier noch hochziehen, und dann aktualisierte die derzeit verfügbaren Kommentare, und blendet vielleicht noch fünf weitere, bei welchen mit dazu gekommen sind. Ja, das waren so ein bisschen die wenige bekannten Funktionen, auf die ich nochmal kurz eingehen wollte, wie gesagt, wir sind irgendwie gerade dran, zu versuchen, was das beste Konzept mit dem Löschen ist, das irgendwie rauszukriegen, wir wollen eine Möglichkeit bieten, das Banner wegzukaufen, ohne Werbung geht es nicht, irgendwie liegt es in der Natur der Sache, das Angebot braucht eine Finanzierung, aber wir wollten auch nicht jetzt ankommen und sagen, hier, guck mal, In-App-Kauf, und dann gibt es da noch irgendwelche Aussätze, also das ist so ein bisschen, da sind wir gerade, die Abstürze sind draußen, wir versuchen die ganzen Fehler zu beseitigen, und hatten auch echt eine Handvoll Arbeit, die Bildschirmvorlesefunktion zum Laufen zu bekommen, ich weiß nicht, wir haben da schon ein paar Mal drüber geschrieben, man kann, wenn es eingestellt ist, mit zwei Fingern sich vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, und sich einfach den Inhalt vorlesen lassen, von so einem Artikel, die aktuelle Beta-Version, ich dachte nur, ich halte die mal ins Video, gebe so einen kleinen Überblick darüber, damit wir nicht wieder mit einer Überraschung kommen, sondern euch mal kurz zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die ganzen E-Mails, die echt massig viel sind, die wir dazu bekommen, und ja, gebt uns noch ein paar Tage Zeit, und kommt gut ins Wochenende rein. Vielen Dank.